Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch das Spiel Modern Combat 3 Fallen Nations. Es ist für 5,49 Euro im Playstation Store erhältlich. Das ist die erste Mission, die gerade lädt. Das war mein erstes Screenshot von dem Spiel. Das war mein erstes Screenshot von dem Spiel, also wenn es nicht halt lädt. Jetzt folgen noch ein paar Screenshots. Da müssen wir mit einem Teil andere Leute schießen. Das sind Waffenpacks im Online-Modus, also von mir. Das sind Mehrspielermodusse. Und da ist nochmal ein Screenshot. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ciao.